Hallo und willkommen zurück zu Dark Souls 3. Wir sind gerade in irgendeiner komischen Ruine, die ganz schön verwinkelt und verwirrend ist, finde ich. Und außerdem suche ich diesen Kristallweisen, von dem ihr gesprochen habt. Moment, will ich da runter? Ich weiß nicht. Will ich da runter? Ich glaube, ich kann da ruhig mal runter. Oh, ja! Cool. Ringende Opferung. Noch einer. Okay. So, dann sind wir wieder hier. Ja, das ist okay. Ging es da denn, wenn wir die Treppen hochgehen, noch irgendwo lang? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ne? Ne. Oder? Ne. Okay, dann... Wo will ich denn jetzt hin? Ich will, glaube ich, nochmal eben... Äh... Tiefer in die Ruine. Da gab es, glaube ich, noch einen Weg. Ich bin mir nicht sicher. Es ist alles so verwirrend hier. So. Hallo, hallo. Genau. Hier können wir noch... Also da war ich, glaube ich, noch nicht. Beziehungsweise, das war da, wo ich letztes Mal runtergefallen bin. Ja. Ja, ja, ja. Genau, da ist das Loch. Ich will nicht wieder da runterfallen. Hey. Irgendwo ist hier noch ein Zauberer, ne? Oder war der eine Ebene höher? Ah, da ist er. Irgendwo. Da. Da. Da ist noch ein normaler. Äh. Der Stark ist er ja nicht, aber die... Was? Was war das? Ist hier noch ein Zauberer? Oh! Oh, fuck. Der kann aber tolle Sachen. Das konnte der andere nicht, oder? Juhu. Okay. So. Okay. Hey, du da. Hey. Hey, du. Hallo. Na? Na? So. Okay. Dann haben wir jetzt den Raum fertig, oder? Oh, hier geht's noch lang. Oder? Ach, nee. Hier ist das... Da war ich eben, glaube ich. Hilfe! Es ist verwinkelt. Also. Hier geht's noch weiter. Jetzt komme ich wieder ganz woanders hin, glaube ich. Oder? Was steht denn hier? Ist das etwa Zauberer? Wat? 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 Äh. Bosskampf? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Das ist so offen. Soll ich eine Glut nehmen? Ich weiß es nicht. Ich mach mal lieber. Äh. Na, Mann. So. Da will ich hin. Die ist jetzt bestimmt verschwendet, weil ich gleich... sterbe. Okay. 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 Schauen wir mal, was kommt. Hallo. Oh, das kommt gar nichts. Oh, es kommt doch was! Ein Zauberer. Hahaha. Oh, okay. Äh, ja. Oh, wo bist du denn? Hallo? Hallo? Oh. Okay, einfach draufhauen. Scheint gut zu funktionieren. Wo ist der denn jetzt wieder? Hallo? Da. Oh, okay. Äh. 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 Oh. Äh. Ah, Gott. Das geht mir doch was. Au. Oh, fuck, oh, fuck. Oh, shit. Oh, ich lebe noch. Okay. Ich habe leider nichts mehr zum Heilen. Das könnte ein bisschen schwierig werden jetzt. Ich habe leider auch keine Glut ausgerüstet. Ah, shit. Ja, okay, okay. Ich bin auch tot, ne? Ja. Oh, ich hatte? Hatte ich sogar Glut ausgerüstet? Ich weiß nicht. Ich glaube, der ist nicht schwer, der Boss. Ich gehe doch beim nächsten Mal tot. Ach, der hat jetzt auch meine Seelen, oder? Ja. Ja, hm. Okay. Renne ich da jetzt einfach durch? Also vier Flakons sollte ich da ja schon haben, finde ich. Ich versuche es mal mit durchrennen. Wenn nicht, sind ganz schön viele Seelen weg. Wobei... Ach, da ist der Eingang, der andere. Ich nehme mal den Eingang. Ich glaube, das geht ein bisschen einfacher. So. Hey. Ich glaube, beim Rest sollte ich echt einfach durchrennen, oder? Nein. Mann, hör doch auf. Super nervig. Was? Könnte klappen, könnte auch gar nicht klappen. Mal gucken. No, 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 no. Aua, aua, aua. Da ist noch... Ja, stimmt, da war noch einer. So, schnell rein. Äh, Pot nehmen. So. Okay. Ja, die erste Phase ist ja einfach... Äh, die ist ja easy, aber... Wenn er dann sich teilt, wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. So, wo bist du? Wo bist du? Da. Oh, shit. Achso, ich dachte, er macht auf jeden Fall irgendeine Attacke. Hätte ich direkt draufschlagen müssen, würde. Oh, ich bin tot, alles klar. Es sind schon mehrere, wie gemein. Ich dachte, das dauert noch. Oh, ich bin tot, alles klar. Ja, okay. Äh. Vielleicht sollte ich... Erst seine Phantome erschlagen und dann ihn. Ja? Kein Risiko? Wo war das? Da. Da. Eins. Jetzt kommst du, ne? Ja, ja. Hallo. Oh. Ich hab mich geklärt. Oh. Leute, hört auf jetzt. Oh. Hallo. Hi, äh, ja. Nein, 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 nein. Hör doch auf. intelligenz anders hallo ich hallo oh man wieso bin ich so Tumorhof! Fuck it! So. Oh Gott. Alter. Das ist so typisch, ne? Wenn man nicht mehr aufpasst und nur noch durchrennen will und dann macht man alles falsch. Einfach alles. Wenn ich jetzt nicht aufgepasst, dann wären meine ganzen Seelen weg. Meine Gute. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Da. Ich habe jetzt auch nur noch einen Flakon. Oh Mann. Okay. Das schaffe ich doch eh nicht. Naja, vielleicht ja doch. Jetzt stehen da beide Zauberer. Das ist natürlich toll. Das ist toll. Hallo. 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 Oh. Oh. Das finde ich jetzt ein bisschen unfair. Könnt ihr mal alleine oder irgendwie? Was halten die Zauberer eigentlich von Zauberei? Ja. Ist denen ziemlich egal. Ja. Äh. Ja. Ich gehe jetzt einfach. Okay. Ich gehe einfach. Ihr macht da euer Ding und ich. Ne? Ja. Okay. Ich gehe einfach. Ich gehe einfach. Andere�� Hutchins. Oaang. Okay, wie muss ich das Mal hingehen? Halloo. Halloo.' Hooo. Oh Mann. Ich glaube, der taucht immer an den gleichen Stellen auf, oder? Oh! Oh Gott, oh Gott. so jetzt müssten drei kommen du bist der fake ja scheiße so klappt das irgendwie auch nicht hätte ich doch auf ihn drauf gehen müssen wo hä? da ist einer oh du warst nicht der richtige ok ach fuck ich weiß ich war gerade so fünf minuten aus dem spiel raus und wollte jetzt weiter spielen ne und jetzt lagen hier einfach gerade meine seelen was zum teufel hat mich jetzt jemand am leuchtfeuer getötet auf jeden fall sind jetzt meine ganze scheiße hier weg boah man altes arschloch spiel ok so ich töte jetzt den dummen kristallweisen meine Güte ich glaube ich wechsle mal eben ich wechsle mal eben auf die zauberausrüstung vielleicht hat die mehr zauberverteidigung oder? Magie ja ein bisschen Moment das können wir mal eben machen sieht bestimmt auch ganz hübsch aus Handschuhe das nee hä 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 das da Magie ja gut doch das ist schon merklich besser Klerikerhut ganz schön hässlich mhm Romantenkrone Zauberer Kapuze oder kommt eine kleine Krabbe und will mich töten und die oh sie kommt ein bisschen na hallo was ist mit dir oder habe ich gar keine Hose als Zauberer so oh da trägt man so eine Maske das ist ja cool äh trotzdem nochmal eben die Hose ausrüsten Deserteur Deserteur Romantenhose Zaubererhose ok und dann gehe ich gleich mal wenn ich im Bosskampf bin nehme ich das äh schwer zweihändig weil blocken muss ich ja eigentlich nicht zumindest nicht so lange er nur alleine kommt und nicht in dreifacher Ausführung oder ist das manchmal sogar vier ich weiß es nicht das teste ich mal ob das was hilft Aua ja ja Aua komm runter du bist du da au au so oh man oh oh nein oh nein dem letzten renne ich aber mal vorbei jetzt schaffen wir das aber mal hier ach so ich wollte ja mist zweihändig und so aber ab jetzt bist du da kommt er doch oder ne oder scheiße wo war das wo ist er ich bin da jetzt kommt er glaube ich da mal gucken ob das stimmt aber ja tatsächlich sehr gut jetzt weiß ich nicht mehr irgendwie hier so oder das ist der falsche oh das ist der richtig glaub ich ich sehe nix okay okay oh hi oh oh ah man oh ich brauch mal eben deckung los los oh 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 Hä? Nö? Verzweiflung? Cool. Sackgasse? Toll. Vielleicht hätte man sich hier verstecken können vor seinen Schüssen oder so. Ich weiß nicht. Ah, ein Leuchtfeuer. Ja, das ist auch echt nötig. Wir hatten ja erst vor einer Minute eins. Gott sei Dank gibt es wieder ein Leuchtfeuer. Okay. Ja, raste doch mal. Ah, Mann. Wollen wir jetzt mal zurück und vielleicht wirklich mal den Turm angucken? Sonst vergesse ich es wieder. Eigentlich würde ich gerne weitergucken, was... Da war ja noch ein Weg, glaube ich. Aber doch, das machen wir jetzt mal. Wer weiß, was da geiles liegt. Wer ist das denn da? Hm? Kenn ich dich? Hä? Hm. Du bist ein Unkindled, nicht wahr? Ich bin Syrius, aus den Sonnensalmen, der alte Servant der Divinität. Dutys, die wir beide beherren. Aber eine Dutys ist eine solitäre Affäre. Ich weiss, dass wir viel mehr von der Fraternisation bekommen haben. Die Heilung der Mond auf deiner Reise. Okay. Sie möchte sich nicht mit mir verbrüdern? Warum bist du überhaupt hier? Ich weiss, dass wir viel mehr von der Fraternisation bekommen haben. Die Heilung der Mond auf deiner Reise. Die Heilung der Mond auf deiner Reise befindet, oder so. Ähm. Achso. Nee. Eigentlich müssen wir mit dir nicht reden. Ich will mal kurz zu... Joll. Vielleicht will er uns ja wieder Level schenken. Wer weiß. Ist das hier? Ist es sogar. Glückstörfer. Hm. Oh. Our champion of Ash. Hm. Welcome back. I would do anything for my master. Just say the word. Oh. Äh. The word. Bitte? Oder war ich der? Dann shall we beginn. Bearer of the dark. Ja. Krass. Verstehe ich nicht. Ich weiss gar nicht woran das liegt, dass wir immer Level von ihm bekommen. Aber. Hä. Ja. So. Wir machen auf jeden Fall Intelligenz, denn dann können wir den neuen Stab benutzen. Und der ballert hoffentlich ordentlich rein. Mal gucken. Aber demnächst werde ich dann doch wieder, glaube ich, ein bisschen mehr auf Stärke und Geschicklichkeit gehen. Sollten wir nicht... Was? Wir kriegen schon wieder noch ein Level. Oder wie? Dann shall we beginn, Bearer. Okay. Okay. Obwohl, Vitalität wäre jetzt langsam auch mal ein bisschen sinnvoll. Oh Mann. Alles ist sinnvoll. Ich bin voll der Allrounder-Charakter. Hm. Ich wollte auch noch einen dritten Slot, ne? Kriege ich da aber noch nicht. Doof. Ah. Ja, machen wir mal ein bisschen mehr Leben. Was? Noch eins? Okay. Okay, okay. Will er mir jetzt nicht mehr gehen? Okay, ich glaube, dass, äh, da kriegen wir jetzt nichts mehr. Ja. Was nehmen wir denn hier mal? Hm? Großschwert aus Seelen. Pff. Brauchen wir das? Vielleicht gegen jemanden, der zauberanfällig ist. Das finde ich ganz gut. Dafür hätte ich gerne den dritten Slot. Obwohl, da können wir ja auch den normalen Seelenfall austauschen. Ist das hier ein Zauberschild? Okay. Okay. Danke. Ja. Bis dann. Hm. Okay. So. Hast du eigentlich mal neue Sachen? Aha. Plündern schicken? Oh. Will ich das? Eigentlich. Bin ich nicht einer von den Guten? Ähm. Naja. Aber hey, es ist sein Job, oder? Also, davon lebt er doch. Danke. Du wirst nicht verreicht. Grey Rat, der Thief, war damals ein guter Name. Bis ich in einer Zelle trottete. Aber nicht, dass ich dich da wieder rausholen muss, ne? Ach, ich kann ihm auch Sachen verkaufen. Grey Rat, bis ich... Ja, ja. Ist okay, ist okay, ist okay. So. Ja, ja. Ach so, dann ist der hier weg. Okay, dann werden wir ihn wahrscheinlich irgendwo anders das nächste Mal treffen. Hoffentlich. Oder? Ja. Hm. Äh, aber ich wollte eigentlich zu diesem einen Zauberer. Der muss hier doch auch irgendwo rumhängen. Wo bist du denn? Ach, der Pyromanth. Ja, hm. Pyromanth. Ja, wir müssen uns auch nochmal um die Pyromanthie kümmern, wie das so weitergeht. Demnächst ist hier schon jemand? Nee. Hä? Aber... Wo ist denn der Zauberer? Oh, ich wollte doch eigentlich den Tor machen. Das schaffen wir jetzt schon wieder nicht. Da! Hallo! Ja. Oh, der hat richtig viel. Cool. Na gut, das haben wir... Schwerer Seelenpfeil, der ist noch besser. Cool. Den will ich eigentlich auch. Fährt ein schwerer Seelenpfeil ab? Aha. Wieso ist der hier teurer als der? Das verstehe ich gerade nicht. Und es gibt noch einen größeren. Krass. Faron's Stachel Seelenwurfffeil. Hm, 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 hm. Gespenst. Oh, cool. Neutralisiert Fallschaden. Das ist ja krass. Das finde ich gut. Das kann noch sehr hilfreich werden. Zauber-Schild, ja, auch nicht verkehrt. Das hier haben wir ja, ne? Oder? Faron Beats Schwert. Augustischer Köder lenkt Gegner mit fernem Geräusch ab. Okay, das kann auch hilfreich sein, ja. Vielleicht, wenn man mal irgendwo durchrushen möchte. Äh, wie viel Seelen haben wir überhaupt? Wir können uns noch was leisten. Wir könnten noch den hier mitnehmen. Vielleicht auch noch den. Ich nehme mal das mit und das. Ja. Mach ich. So. Achso, hier ist noch viel. Äh, hä. Was hast du so zu erzählen, mein Freund? Okay, das Übliche. Ja, na, 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 na. Nun gut, dann... Ah, wir müssen gleich auch noch zum Schmied. Wir haben ja neue Estus-Scherben. Okay, machen wir in der nächsten Folge. Ähm, ich würde sagen, bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao, ciao.